Okay, ich habe ihn bekommen! Ich habe ihn gekriegt, du! Bam! Bam! So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen was Regenerationstrank und bla und Keks. Okay, gut. Wir gehen jetzt einfach noch mal ganz kurz hoch. Achso, da wären wir da. Gut, gut. Ich überlege gerade, ob ich hier einfach noch mal einen Bogen ausrüste, weil da jetzt... Vielleicht hilft das ja so ein bisschen... ...bevor die mich erwischen. Sehr gut! Seht ihr? Geht doch! Easy! Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Besonders, dass es extrem in Bogenverschwendung war. Lalalalalala! So, hier oben kann man jetzt wahrscheinlich hin. Okay, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Na gut. Hier können wir ein bisschen Feuer machen. Da ist irgendwas. Oh! 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 Ich bin tot! Ja! Ich bin down. Das gibts nicht, ey. Na kleinen dreckigen Bastarde, ey! Alter Verwalter! Das war scheiße. Das war richtig, richtig schlecht. Oh Gott! Den Typen haben wir jetzt auch nicht gekillt. Aber wir haben auch nicht die ganzen Pfeile verschwunden. Alter! Nicht so, Kumpel. Boah, Alter. Ja, was soll's. Hier waren wir aber schon überall, ne? Ja, da waren wir schon überall, alles cool. Ich glaube einfach die Fackeln anzuzünden bringt gar nichts. Das ist ja lächerlich hier. So. Ach, euch. Ihr lebt ja auch schon. Vielleicht? Ne, gegen die haben wir bestimmt gar keinen Stanz. So. Gut, was soll's. Eben hat das schon ganz gut geklappt mit dem Pfeil und Bohrung, deswegen... Diesmal wird es nicht ganz so gut klappen, weil ich Idiot vergessen habe, den Ding ganz auszurüsten. Oh Gott. Gut. Klappt es? Reicht es? Nope. Okay. Ähm, ganze Sache bitte nochmal. Diesmal aber ein guter. Ich habe nämlich die Dingensausrüstung auch angelegt. Guck mal hier. Iiiiihihi. Okay, auch die... Das ist natürlich nett, dass die halt auch noch verwundet bleiben. Kann ich nur unterstützen. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier ist eine Tür. Hallo. Nein. Stopp! Wer bist du? Mein Name ist Zira. Ich bin ein Dark Warrior und High Servant von der Great Harnikon. Und wer bist du? Ich bin Zorok. Great Master of Shein. In anderen Worten, du bist ein Koch. Und welche ist deine Spezialität? Roasted Elvensteak? Oder vielleicht Dwarfintestinen in Cockroachsauce? Ich verkaufe Recipes, um Magik-Potionen zu kreieren. Um Recipes zu kaufen. Oder der... Und ne Muschi... äh Muschel. Hier, das holen wir uns auf jeden Fall. Du hast eine Recipes. Recipes sind benutzt, um Potionen und Elixirs zu kreieren. Um sie zu kreieren, koppeln sie in deinem Recipes-Buch. Schau die Recipes und wähle die Koppel-to-Recipes-Buch-Option. Okay, gut. Also... Lernen wir das erstmal auswendig, den Rezept... Okay, dann brauchen wir es ja nicht mehr, ne? Potionen und Elixirs können nur auf der Koppel-Käldron gegründet werden. Als du über der Koppel bist, suche die Potion, die du in der Recipes-Sektion des Spielmenü willst, und wähle Create. Um eine Potion zu kreieren, musst du alle Ingedienste haben. Du brauchst auch ein Vial, um das Elixir zu enthalten. Es ist schwer, die leute Vialen zu finden, aber du kannst... Nope, war da nicht. Na gut, war da nicht. Oh! Danke, danke, danke. Ich, ich, ich... Ich bin entzückt. Und bitte aufheben und dankeschön für deine... Geduld. Apropos Geduld, die habe ich jetzt mit euch nicht mehr. Au! Bastard! Au! Was... Fisch! Au! Nee, das, das, das... Verdammte Scheiße! Aaaaaaah! Kleiner Bastard, ey! Wer kann denn damit rechnen, dass sie auf einmal scheiß Fledermäuse sind? Meine Güte, ey! Aaaaaaah! Spiel! Round 3! Fight! Kommt die mit runter? Nee. Okay. Mein Plan ist jetzt eigentlich, dass sie jetzt beide quasi in eine Richtung gehen. Und ich sie beide von hinten erdolchen kann. Äh, adolfen kann. Ja, erdolchen. So. Ihr könnt zwar springen. mal die Licht machen und diese Viecher da sehen können, ey. Mein Gott, ey! Mein Gott, ey! Ich will nicht wissen, welches Kind von Fleisch sie da essen. Das ist ja. So. Ja, ist gut. Alles cool. Ähm, hier haben wir sonst nichts. Hat uns jetzt irgendwas gebraucht außer XP? Okay. Ich fürchte Pfosten nicht. Oh! Trank der Oberstärke. Klinkt auf jeden Fall schon mal sehr... stark. So. Au! So. Haben wir jetzt alles hier? Ja, wir haben alles hier. Hat ja auch nur drei Tage gedauert. Ach, ist das ein Nerfiger. Was? Hier war natürlich ein richtig gutes Spiel. Ein bisschen, ne? Richtig gutes Spiel. So. Mit O. So. Ich möchte irgendwie nach dort. Zu dem Helden da hin. Aber ich komme da nicht hin. Doch, komme ich. Da ist noch ein Leiter. Ich bin auch blind, ey. Blind... Blind fish strikes again. Like these little creatures over here. So. Gesundheit. Hier kann auch noch was drin sein. Kann. Natürlich ist es nicht, weil ich... So. Münze. Ein bisschen XP abrasen. Äh. So. Machen wir hier mal an. Ach. Guck dir das an. Geringer Regenerationstrang. Das klingt... Feist. Feist. Ja. Weißt du selbst. Ach. Aber es ist immer noch nicht getriggert. Ja, gut. Diesmal lassen wir das. Denn das war sehr... sehr, sehr unnett von denen. So. Nehmen wir mal kurz auf. Haben wir jetzt alles hier? Wenn ihr zufällig wisst, was der Typ da geklaut hat und ob das wirklich so... ob es das wert gewesen ist. Ach scheiß doch. Dann, äh... Ja. Bitte. Bitte einmal. Bitte einmal sagen. Denn ich bin sehr... ...gepicht drauf. Oder was? Egal. Hauen wir einfach mal mit der Axt. Komm. Weißt du. Dann bist du auch still. So. Ich trank dir Regen Heilung. Danke für die Fiode. Bastard. Boah. 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 25 Münzen. Alter. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt die Axt wegpacken sollte. Ich bin jetzt auch nicht wirklich stark. Ich habe jetzt am Anfang echt... Auge eine Saat. Echt ein bisschen härter eingeschätzt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie treffen. Also... Hätte ich auch hochgehen können. Also manchmal, ne? Ich sollte mehr Snakes and Ladders spielen, glaube ich. Na gut. Hi. Äh... Unequip... Credits? An Epic Credits? Warum? Warum sollte ich das machen? Haaa... Egal. Äh... Macht... So ein Angriff effektiver. Regenerationsgelöt. Ja. Gucken wir mal. Diverse Gegenstände. Was hat er? Schwarz amuliert. Dieses Objekt gehört zu einer deiner... zu einer deiner Aufgaben. UN. Was ist denn dieses UN? Haus an... 月ig, Bis zum nächsten Mal.